Herzlich willkommen im Luxus Lashes Franchise System. Mein Name ist Foltinek Regina. Als Gründerin von Luxus Lashes habe ich mit Hilfe meines Mannes die Idee der perfekten Wimpernverlängerung im Jahr 2009 in die Tat umgesetzt und die Marke zum heutigen Erfolg geführt. Heute freuen wir uns Ihnen ein markterprobtes System vorzustellen, welches Sie zu langfristigen Erfolg führen kann. Mit Ihrem Jahr zur Luxus Lashes Franchise Partnerschaft erhalten Sie eine Fülle an Erfahrungen, Empfehlungen und Know-how. Mit diesem Know-how unterstützen wir Sie bei Ihrem Start in Ihre Franchise Existenz und helfen die Stolpersteine und Hindernisse eines klassischen Existenzgründers und Einzelkämpfers zu vermeiden. So werden unsere Erfahrungen, unsere Empfehlungen und auch unsere Systemvorgabe zu den Leitplanken für Ihren Erfolg.